stark jungs geil gearbeitet alter geil haraguchi und karas so beide reingekrätscht in 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 bürger geil das ist der einsatz wir brauchen kann auch die faust direkt hoch so jawohl das brauchen wir noch mal götze noch mal rein ito weg damit als defensiv machen wir es echt echt ordentlich bisher echt ordentliche defensiv leistung bisher sehr diszipliniert gefällt mir vfp fans hat man auch sehr gut schöne schöne stimmung hier frankfurt stuttgart geiles duel was stimmung angeht hertha auch wieder so ein vr witz elf meter zum 10 na geil da freue ich mich schon dann später twitter zu öffnen wieder das ist auch so ein ding haben wir gestern abend auch gedacht an direkt ist das ist ein echtes komisches war noch die erste der erste gedanke dem wir kamen nach diesen sehr sehr schmeichel haften bis lächerlichen elfmeter den bochum bekommen hat zum 10 in köln so ein elfmeter würden wir als vfb im leben nicht bekommen kriegen wenig was unser teilweise schon nicht als wieder gepfiffen wurde aber viel höher ist als das was er gestern passiert ist solche witz elfmeter bekommen wir halt auch einfach nicht da haben wir wirklich überhaupt gar keine lobby was schiedsrichter angeht wir haben keine lobby nichts schön gearbeitet gegen kolomuani ohr starke bewegung thomas richtig geile bewegung jetzt kommen überzahl sogar grilldias und der ball kommt nicht an und der ball kommt nicht auf perea wir sind noch dran jetzt ist die szene vorbei ab bruder geile bewegung mittelfeld von thomas nach der ecke von frankfurt geile bewegung scharf auf diaz der oben richtig platz hat kriegt den ball nicht runter auf perea da war echt was drin wenn der ball ankommt man 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 karsow kommt hin schön jungs der einsatz passt der einsatz passt wir konnten ja ein bisschen angst haben davor dass vielleicht so halblebig und so quatschig rangehen wie auf schalke das tun sie nicht also der einsatz passt für mich nach vorne fehlt weiterhin durchsetzungskraft und ideen ist ja nichts neues aber wir machen das hier ordentlich und 0 0 ist vollkommen in ordnung bisher ja langer ball auf perea warum nicht er kommt an abschluss die erste gute abschluss chance für uns die erste gute abschluss chance richtig schöner langer ball perea nimmten mussten auch so nehmen war nicht einfach schade aber die erste gute offensiv aktion die erste wirklich nennenswerte chance für den torschuss auf beiden seiten flanke haben wir sosa lässt sich ablaufen rote ganz hoch philipp max endo kriegt den ball nicht weg so rote was ist das denn für ein gegentor was ist das denn für ein gegentor man wie fliegt denn der da rein bitte der ist ja auch irgendwie dreimal abgefälscht aus der ball kriegst den ball nicht entscheidend weg kriegst einfach nicht weg hier hoher ball max nach hinten endo kriegt nicht weg so schießt karasor dran rode ist da schießt der ist der ist doch safe abgefälscht und haraguchi und nimmt eine flugkurve die ich auch noch nie gesehen habe alter was das für eine flugkurve alter naja sosa mit dem kopf noch dran und dann latte pfosten drin nimmt eine flugkurve die ich auch meinem leben noch nicht gesehen habe alter warst du halt da unten im abschließkampf für tore kassier es ist unglaublich mann unglaublich mann so halb flanke halb schuss von rode sosa titscht mit dem kopf haben und das ding fliegt unhaltbar irgendwie zwischen aluminium rein mit einer komplett vorgewählten flugkurve also wahnsinn wahnsinn was du im abstiegskampf für tore fängst es so so frech es ist so so frech so ein rotz tor fängt sich kein klub der top 7 spielt passiert einfach nicht so eine scheiße wirklich denn wirklich den gesamten vorderen dreierblock raus und bringt komplett drei frische also die das wird ja ständig ausgewechselt ist ja nichts neues so aber tomaschen perea verstehe ich nicht ganz also du machst vielleicht doch weil er eben erst frisch ist und wenn er nicht über 90 minuten spielen kann vielleicht kann man es damit begründen aus der verletzung raus aber die drei die als kamen koulibaly für ich sie das haben doch auch absolut 0,0 mehr 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 output gehabt bis in den letzten spiel 0,0 mehr assist oder tore oder sowas verstehe ich nicht so ganz wenn einer davon in offensiv wechsel gewesen wäre irgendwie führig rein für keine ahnung haraguchi oder sowas dann okay aber einfach alle drei ist so richtig bestrafungsmäßig fast dadurch die komplette dreier angriffsreihe austauscht dann kann ich zufrieden gewesen sein mit der dreier reihe das ist schon irgendwie auch ein hartes zeichen finde ich komm jungs macht was sonst wäre es wieder dieser klassiker von ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen frankfurt auch gar nicht so gut gewesen aber gewinn halt boah böses faulen endo aber wir nehmen vorteil mit haraguchi jetzt die idee vielleicht mal silas ja 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 man er hat mich lügen gestraft er hat mich lügen gestraft letzten spiele kein fan von silas gewesen sag ich wie es ist kein output dachte mir warum wechselst du jetzt dreimal die haben wir letztes spiel auch wenig gebracht bisher und jetzt macht gerade in silas das tor freut mich für silas es geht ja auch nie gegen die menschen persönlich es geht immer gegen die spieler gegen ihre leistungen und was sie das einfach mehr unproduktiv letzten spiele jetzt haraguchi kein abseits sie das hat richtig platz lange ecke ruhig rein tor 1 1 wunderbar wunderbar ich bin ruhig über die drei einwechslungen ich bin ruhig ich bin ruhig führig ball abgeben ball abgeben warum auch ball abgeben ich bin chris führig warum solchen ball abgeben anton endo kom auf jungs auf jungs ja silas mio kuli bali hat lebt noch lebt noch mio abschluss mama mia auf einmal ist wieder voll drin im spiel endo anton kuli bali komm jungs ja da geht es was kommt anton wo er rutscht weg silas im verbund da liegen zwei frankfurter rum und klinge bald irgendwie noch weggekriegselt irgendwie fuß rein silas kann den ball dadurch nicht nicht voll treffen er rutscht weg der fashion ball ab ah ja kamada war die entscheidende ab der entscheidende touch noch mal vor silas was das hätte ich nicht schlecht getroffen wahrscheinlich schade weiter geht's komm komm stark mafropanos faul ja faul für uns defensive ist heute bockstark defensive ist bockstark mafropanos macht das top ito macht das gut ein ende gefällt mir richtig gut um ein paar leute zu nennen defensive bockstark heute bockstark boah bruder alle dunkel gelb aber dunkel gelb junge 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 dunkel gelb von dem dicker abschluss trapp hatten ungefährlich jetzt ist es wird es wahrscheinlich gewesen sein der lässt sogar noch laufen kuli bali oh gott und köpft dem frankfurter direkt in fuß ich flipp aus abpfiff abpfiff das hätte glaub sogar noch eine ecke für frankfurt geben können aber er pfeift das ding ab junge 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 wurde noch mal hitzig am ende wurde noch mal hitzig 0,87 zu 0,79 x goals also das 1 zu 1 geht hier vollkommen in ordnung erste halbzeit ja war auf beiden seiten was nach vorne angeht nichts ich glaube 0,05 zu 0,2 x goals also nichts passiert vorne defensiv starke arbeit generell erste halbzeit natürlich auch aber generell über 90 minuten defensiv sehr sehr stark gearbeitet vorhin schon ein paar namen rausgenommen mit mafropanos ende und so weiter stark gearbeitet zweiter halbzeit kommt frankfurt besser rein macht das tor natürlich auch hatten ihre drangphase verhältnis des tors so oder so irgendwann gemacht aber wie das tor fällt wie vorhin auch gesagt so ein tor fängst du dir nur im abstiegskampf so ein tor fängt sich kein top 7 klub oder sowas so ein abgefälschtes ding so ein mix aus schuss und flanke von rote bretlos springt er hätten easy gehabt aber so ist das mit dem kopf noch dran will hat auch natürlich klären geht perfekt an latte irgendwie halbpfosten und rein will es gegentor klassisches gegentor von vfb so danach ja ich war überrascht über einen dreifachwechsel so alle drei vorne rausnehmen und alle drei vorne auszutauschen war überrascht bin weiter ein bisschen überrascht davon aber am end des tages hat es gepasst weil sie das kam rein dazu gemacht führe ich colibali haben ihren job auch gut gemacht danach so ohne großen ertrag aber gute aktionen gehabt fand auch thomas war ich ordentlich erst hatte auch ein period ein bisschen was gemacht generell ist sehr ordentliche mannschaftsleistung alle reingekämpft alle gegen alle gase geben am ende auch versucht aufs 2 zu 1 zu gehen ab der 70 so echt ein komplett offenes spiel 1 1 in frankfurt punkt in frankfurt nimmst du generell immer mit klar werden noch mehr gebraucht eigentlich mehr wir hätten eigentlich die drei punkte gebraucht nach diesem bochum sieg jetzt wenn die drei punkte noch wichtiger gewesen aber ein punkt in frankfurt nimmst du mit ist über 90 minuten auch vollkommen verdient das richtige ergebnis an 90 minuten von beiden mannschaften jetzt ist halt an wolfsburg nächste woche zu hause vor der einen woche länderscheibe pause zu 100 prozent ein pflicht sieg zu hause wolfsburg zu schlagen nächste woche